Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, was auch im Stream immer wieder angesprochen wird. Und zwar den Pionieren. Die Pioniere, die Pioniere. Ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Endestead. Und ich starte mal in ein Übungsgefecht, damit wir nicht ins richtige Match gehen. Und werde da mal ein bisschen was zu sagen. Ich bin jetzt hier gerade in der Berlin-Kampagne. Hier habe ich hier vier Pioniere, habe ja hier jetzt so Super-Trupps ausgestattet. Der erste hier ist ein Level, was sind denn das? Vier? Sind das vier Striche? Ein Level-Vier-Pionier, die anderen sind drei Level-Einser-Pioniere. Und dazu zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was. Ich wähle die auch direkt aus. Ach, die sind sogar alle hier. Pioniere. Was tut der Pionier? Der Pionier ist super wichtig für das Spiel und kann auf jeden Fall auch, wie ich finde, Spiel entscheidend sein. Warum? Der Pionier hat die Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu bauen. Und zwar, indem man auf zwei oder mit dem Mausrad, wie auch immer, auf seinen Konstruktionshammer geht. Automatisch ist hier immer voreingestellt, entweder das, was man zuletzt ausprobiert hat oder, ich muss mal meine Leute ganz kurz wegschicken, damit die hier nicht so die ganze Zeit so rumtappern, entweder das, was hier voreingestellt ist, wie bei mir jetzt hier die Sandsäcke oder das, was man zuletzt gebaut hat. Ich habe jetzt hier gerade Sandsäcke, sprich, ich kann jetzt hämmern und Sandsäcke bauen. Aber ich kann auch mit Rechtsklick ganz viele verschiedene andere Sachen bauen. Ich kann bauen, das sind die Sandsäcke, ich kann bauen Munitionskisten, ich kann bauen Stacheldraht, was sehr gut ist, um Feinde einfach von Eroberungspunkten fernzuhalten. Zum Beispiel auf D-Day, indem man das obere Bunkerloch so ein bisschen mit Stacheldraht versieht oder die Eingänge mit Stacheldraht versieht, je nachdem, damit es die Gegner einfach nicht so leicht haben, da hinzukommen und vielleicht schon mal ein paar HP abgezogen kriegen. Man kann Sammelpunkte setzen. Sammelpunkte, ganz, 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 ganz wichtig. Sammelpunkte sind Spawnpunkte, wo deine Teammates spawnen können und dadurch spart man sich einfach immens Laufwege. Die Sammelpunkte sind am Piepen, sprich, wenn man in der Nähe eines Sammelpunktes kommt, hört man die, sowohl den eigenen als auch den gegnerischen. Die unterscheiden sich nicht vom Ton, man muss dann einfach, ich sag mal, dem Gehör folgen und herausfinden, wessen Sammelpunkt ist das. Wenn es der eigene ist, dann, wo man da drauf zeigt, dann ist das da so ein blaues X, wie auch wenn man eigene Leute anguckt oder einem eigenen Panzer ansieht. Wenn es ein gegnerischer Sammelpunkt ist, dann kann man diesen zerstören, indem man da rangeht und J gedrückt hält. Dann kann man die kaputt machen, so wie jetzt zum Beispiel, ich wechsle mal auf meine Waffe, hier die Sandsäcke, die könnte ich jetzt auch, mit J kann ich die kaputt machen. Genauso ist es auch mit den Sammelpunkten. Man kann sie auch mit Granaten kaputt machen, schießen, weiß ich nicht. Ich glaube, im Karabiner dauert es ein bisschen länger. Aber sie sollte man auf jeden Fall kaputt machen und die eigenen sind natürlich wichtig, damit man von Eroberungspunkten einfach näher dran ist oder wenn man was verteidigen muss, dass man einfach kürzere Laufwege hat. Definitiv spielentscheidend. Was kann man noch bauen? Ich wechsle wieder auf meinen Hammer. Man kann bauen, ja hier solche Igel. Tschechen Igel, musst du erstmal versuchen herauszufinden, wie man das Wort richtig liest, um Panzer davon abzuhalten, irgendwo durchzufahren. Man kann bauen Panzerabwehrkanonen, man kann Flax bauen und man kann zum Beispiel ein MG-Nest bauen. So, das heißt, man baut nicht nur Sandsäcke, sondern man baut Sandsäcke mit MG. Das Ganze dauert jetzt hier ein bisschen länger. Je nachdem, was man da baut, dauert es auch unterschiedlich lange. Und nicht jeder kann das Gleiche bauen. Ich sag dazu gleich nochmal was. Wenn wir im Menü sind und in den Verbesserungen. Aber vorab schon mal. Hier, ich kann jetzt ganz normal dieses MG benutzen. Eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Zurück im Menü. Hier kann ich leider nicht auf die Verbesserung gehen. In Berlin gibt es die noch nicht. Ich wechsle mal in die Normandie, wechsle auf meinen Pioniertrupp von den... Ich muss mal hier irgendwie irgendwas rausnehmen. Nehme ich mal die Sniper raus. So, wechsle in den Pioniertrupp. Gehe in die Verbesserungen. So, Pioniertrupp. Hier konnte ich jetzt... Den... Pioniertrupp als solches weiterentwickeln. Ich habe hier die Möglichkeit... Wenn ich das... Den Baum hier weiterentwickelt habe, ich habe das schon getan. Dann habe ich die Möglichkeit, einmal eine Flak und einmal eine Panzerabwehr zu bauen. Und wie rum auch immer. Das müsste die Flak sein. Das müsste die Panzerabwehr sein. Ja. Genau. Wenn man das noch nicht freigeschaltet hat, dann kann man das auch noch nicht bauen. Hier hat man die Möglichkeit, dann einfach weitere Pioniere freizuschalten. Ich habe ja in dem Video, was sind Verbesserungen, verlinke ich euch gerne einmal, schon gesagt, dass man sich teilweise entscheiden muss. Entweder oder. Was möchte man gerne freischalten? Ich habe mich jetzt hier in dem Trupp für einen Funker entschieden, statt für eine Panzerabwehr. Ich habe mich hier aber dann für eine Panzerabwehr entschieden, statt für einen Sturmsoldaten. Und ich habe aktuell keine Punkte frei. Aber hier könnte man dann auch noch weitere Pioniere freischalten. Was ich noch nicht herausgefunden habe, und das war auch ein Thema unter meinem YouTube-Video, warum man in der Normandie hier jetzt nicht die Möglichkeit hat, das MG-Nest zu bauen. Also folglich müsste man ja, wenn man hier einmal eine Flak und einmal eine Panzerabwehr weiterentwickeln kann, müsste eigentlich auch nochmal ein Zweig kommen, bei dem man das MG-Nest weiterentwickeln kann. Das gibt es hier aber nicht. Eventuell kommt das später oder es ist nicht vorgesehen. Dazu kann ich leider nicht so wirklich was sagen. Aber Pioniere sind wirklich, wirklich, wirklich wichtig für Endlisted. Und man hat ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel in anderen Trupps ebenfalls Pioniere einzusetzen. Sprich, ich bin jetzt hier gerade in meinem Trupp der Funker drin, habe alles weiterentwickelt, habe mich hier entschieden für einen Scharfschützen, statt für einen Pionier. Bin aber weitergegangen und habe dann gesagt, nee, statt eines Sturmsoldates möchte ich aber lieber noch, möchte ich lieber einen Pionier in diesem Trupp drin haben. Wichtig! Dieser Pionier kann nicht die gleichen Dinge wie der Pionier hier. Dieser Trupp ist sozusagen der reine Pioniertrupp und dadurch ein bisschen special. Der kann Flaks bauen, der kann Panzerabwehr bauen, wenn man das entwickelt hat. Das kann aber jeder andere Pionier in einem anderen Trupp, wo war ich hier bei meinem Funker, kann das nicht. Der kann einfach nur ganz normal Sammelpunkte, Sandsäcke, diese Igel, Munitionskisten, das sind die Sachen, die im Standard der Pionier bauen kann. Die anderen Sachen, wie Flak und Panzerabwehr oder das M-Genest, das M-Genest geht anscheinend bis jetzt nur in Berlin, aber Flak und Panzerabwehr, das geht tatsächlich nur in dem reinen Pioniertrupp. Genauso ist es wie bei den Funkern. Es gibt den 30-Sekunden-Funker. Der Funker kann in alle 30 Sekunden, kleines anderes Beispiel, Atelierfeuer machen. Das kann aber nur die Funker, die in diesem Trupp drin sind. Das kann nicht ein Funker, der irgendwie in einem anderen Trupp ist, wie, ich habe hier glaube ich gar keinen anderen. Was habe ich hier denn ausgewählt? Hier habe ich zum Beispiel auch einen Funker drin. In meinem Pioniertrupp habe ich auch einen Funker drin. Dieser Funker hat ganz normal 4 Minuten Aufladezeit für sein Artilleriefeuer. Nur der reine Funkertrupp kann das machen mit den 30 Sekunden. Und genau so muss man immer ganz genau entscheiden, welchen Trupp nehme ich rein, weil dieser Trupp nochmal spezielle Fähigkeiten hat, die man weiterentwickeln kann. Deswegen, Pioniere sind wichtig, unabhängig davon, ob man jetzt rein diesen Pioniertrupp nutzt oder ob man Pioniere in anderen Trupps mit reinbaut. Sie sind wichtig. Man sollte sich vielleicht das ein oder andere Mal auch für den Pionier entscheiden. Und ich hoffe, damit so ein bisschen was erklärt haben zu können zu dem Pionier. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, vielleicht auch einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video. Und ich sage Tschüss und bis dahin. Ich sage Tschüss und bis dahin.